So, da bin ich wieder. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Ja, das hat sich gelohnt, oder? Notfallrolläden aktiviert. Notfallrolläden aktiviert. Über diese Wand kommen wir rüber. Hm, Notfallrolladen. Springen Sie auf die Wand zu und drücken Sie Leertaste für einen Wallrun. Danke, Typ. Ja, mache ich. Was ist hier los? Okay. Küstenwacht 1. Küstenwacht? Werden festgenagelt. Ende des Terminals. Warte, Halle D. Nichts wie hin. Und so schaltet sie alle aus. Nein, nein! Wird geschafft. Wir rücken durch das Terminal vor und erobern dann den Frachthafen zurück. Aua. Na gut, na gut, na gut. Autsch. Autsch. Ei, ei, ei. Oh. Oh. Okay, der hat was für uns. Wer ist das? Oh. Ja, Entschuldigung. Denn hinten liegt irgendwas. Äh. Ethan. Oh, der hat, der hat gesessen. Scheiße. Oh, Leute. Hahaha. Ich glaub das nicht. Da stehen die mir im Weg. War da noch einer? Da. Ich brauche Muni. Muni wäre echt, äh... Splittergrenades. Ist auch nicht schlecht, aber normale Muni... Wahahahahahaha. Hm, das wollte ich mal ausprobieren. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. So, ich glaub ich wechsle mal. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So, das geht ja auch ganz gut hiermit. Ist der jetzt so? Was ist das? Ne, wechseln will ich das gerade nicht. Oh. Kontrollpunkt, ab was. Oh. Entschuldigung. Kontrollpunkt, ab was. So, ähm. Sehr gut. Was sagt denn die Muni eigentlich? Muni sagt jetzt nicht so pralle, aber naja. Krass. Genau, werft ihr mal ein paar Granaten. So. Oh, ähm. Mist. Es wird gerade knapp, ne? Ich glaube, ich muss doch mal, ähm. Oh, ahahahahaha. Ich brauche doch mal deren Waffen, weil sonst geht uns hier echt die Muni aus. Oh, ma. Oh, ah. So, dann schnappen wir uns hier mal ein Robo. Na, komm schon. Selbstzerstörung. Will jemand mit? Da wollte wohl keiner mit. In den Schrotflinten-Modus. Interessant. Scheiße. Nein. Ach, Mann. Kacke. Wieso? Wo kommt denn jetzt... Ja, tolles Sprichwort. Wo kommt denn jetzt der Schrotflinten-Modus her? Zwei zum Wechsel. So. Ähm. Munition von der Leiche, Berge. Du bist ja auch ganz schlauer. Ähm. Was haben wir hier? Ach so, Schrotflinte. Nee, äh. So, jetzt bin ich nochmal ein bisschen vorsichtiger hier. Fuck, 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 fuck. Ich hab wieder eine Granate. Die nutze ich doch mal. Äh. Nix zum Hacken da. Das ist doof. Na, wo bist du? Volk Trojan. Oh. Sperrfeuer. Oh, 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 oh. Entdeckung. Oh, 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 oh. Eieieiei, was ist das denn für ein Ding? Fuck. Oh. Äh. Ja. Ja. Auf die Rückseite. Auf die Rückseite. Ja, ich versuch's. Kann ich hier vielleicht? Das geht. So, ähm. Geht das? Das geht, ähm. Ich muss hier aber mal ansehen. Oh. Persönlicher Schild. Boden. Captain Reyes, die Jägerschilde sind grandios. Spezifikationen mieten. Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Fiese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Einer. Wie kann ich die, ähm. Holen wir unsere Jungs da raus. Äh. Wir müssen durch die Tür. Ich helfe ihnen. Wie kann ich den dann aktivieren? Oh. Ach so. Ich muss. Alpha an Küstenmacht 1. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Kontakt vorne. Schäde. Die Linie halten. Wir kontrollieren uns vorrücken. Ja. Ja, zum Nachladen. Ähm. Wie kann ich den dann zielen? Verbündete. Verbündete? Verbündete? Alpha Team rückt fort. Er will, er will, oh, 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 oh. V oder Maus, vier, vier, was? Gib mir nochmal bitte hier Muni. Ho, 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 ho. So, jetzt aber, meine Güte. Was ist das? Ja, mitgenommen. Beeilung. Äh. So. Ja, ja, ich hab's gesehen. Was ist denn da los? Äh, wow. Äh, uncool, uncool. Wow. Scheiße. Ähm. Fuck, 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 fuck. Okay. Wir kleben hier irgendwo. Ähm. Ethan ist da? Oh. Gut, dass Ethan da ist. Ich versuch's. Oh, ho, 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 ho. Ich versuch's. Oh. Sauerstoff 32 Prozent nein da rein da rein ja ich mach doch ich drück doch ich kleb da irgendwie dran hohohoho alter äh ja ach der Ethan äh ja stimmt Kontrollpunkt erreicht so wo gibt es denn hier was ja Entschuldigung Waffenkammer entdeckt Kontrollpunkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020